Was ist das passende Unternehmen? Und Sie werden für Ihren neuen Arbeitsplatz optimal vorbereitet. Wissen Sie noch nicht, was Sie beruflich machen möchten? Dann sind Sie hier genau richtig. Der Berufsorientierungsprozess ist sehr dynamisch und individuell. Durch bestimmte interaktive Übungen, Fragen, Quiz und Spiele können Sie Ihre berufliche Selbstkompetenz erhöhen und mit Engagement und Flexibilität eine gewisse Berufswahlsicherheit gewinnen. Diese Fähigkeit nennt man Berufswahlkompetenz. Was Sie erwartet? Mehr Sicherheit in der Wahl Ihrer Ausbildung und Ihren Beruf zu bekommen. Sie beschäftigen sich mit Ihren Fähigkeiten, Ihren Stärken und Ihren Talenten und finden heraus, was Sie wirklich wollen und was Sie gut können. Sie bekommen Informationen über die unterschiedlichen Bewerbungsportale, über unterschiedliche Berufe und den Arbeitsmarkt. Sie bekommen Tipps und Tricks rund um Ihre Bewerbungsunterlagen und durch Rollenspiele und unterschiedliche interaktive Übungen werden Sie optimal für Ihr Vorstellungsgespräch vorbereitet. Hier sind zehn Fragen, die Sie in Modul Berufsorientierung selbst beantworten können. Wie finde ich meine Stärken heraus? Wie finde ich heraus, was mich eigentlich interessiert und was ich gut kann? Wie finde ich einen Ausbildungsplatz? Wie finde ich heraus, welche Berufe es gibt? Welche Möglichkeiten habe ich überhaupt? Wie finde ich den richtigen Job? Wie sieht eine erfolgreiche Bewerbung aus? Wie kann ich meine Bewerbungsunterlagen optimal vorbereiten? Wie kann ich mich auf meinem Bewerbungsgespräch vorbereiten? Wie finde ich einen Praktikumsplatz? Wie trete ich mit einem Unternehmen in Kontakt? Was mache ich, wenn ich nach einer Bewerbung keine Antwort erhalten habe? Sie lernen bei uns, dass Arbeit auch Spaß machen kann. Und eines ist sicher, das, was man gut und gerne macht, gelingt auch sehr.